Wir werden heute ein bisschen Zombie-Jagen gehen, also Zombie-Erschießen macht Laune. Ähm, mit dabei zum einen der gute Bisa, grüß dich. Guten Abend. Guten Abend und zum anderen der gute Albi, grüße dich. Hey. Sind die, sind die Waffen poliert? Seid ihr bereit in die Schlacht zu gehen? Ja. Ja, ja. Oh, die werden gerade eingeschossen. Ihr werdet gerade, oh, ihr seid schon drin? Äh, ich hab, ich bin schon drin. Ah ja. Ja, das ist schon mal gut. Volle Kraft voraus sozusagen. Ne? So, dann zeige ich euch mal mich. Oder auch nicht. So, und dann weg vor Platten wir hier. Sollte gleich losgehen. Suche nach zu erfassen im Spiel. E-Ding-Pi-Ding. E-Ding-Pi-Ding. Na, das Spiel ist mal wieder sehr langsam, startet sehr langsam. Nächstes Mal muss ich das früher starten, ich muss das starten noch bevor ich anfange es zu streamen, aber ich möchte ja eigentlich immer diesen Anfangssound nicht. Dann muss ich das irgendwie ganz doof muten, das ist gar nicht so schön. In welchem Akt waren wir denn? Wir waren in Akt 3, oder? Zwei haben wir abgeschlossen, wir müssten jetzt in drei sein, oder haben wir drei abgeschlossen, wir sind ja, nee, wir sind noch nicht in vier. Nee, wir haben zwei abgeschlossen. Zwei abgeschlossen und auf geht's nach drei, sehr gut. Hoffentlich bin ich nicht so verteilt wie vor ein paar Wochen und in das offensichtlichste rein. Ja, hoffen wir auch, hoffen wir auch. Sonst wird das nix mit Akt 3. Letztes Mal hatten wir Probleme, gerade bei den ganzen Vögeln und so. Oh ja. Ja. So. So. Mm-dum. Online spielen. So. Dann, äh, soziales. Steam-Freunde. Äh, äh, in Truppe einladen. Ja. Jetzt müssen wir noch den Albi finden. Wo ist der Albi? Da bin ich ja nicht. Dieser, das ist sehr lustig, dass du ganz vorne bist. Ach, Albi, du bist noch gar nicht im Spiel. Ja, ich hab mich bewusst immer offline gestellt oder unsichtbar. Das ist aber schlecht. Dann kann ich dich nicht einladen. Ich tritte schon bei, keine Sorge. Nee, gut. Nicht gut. Du sagst es. Tada. Tada, dada, dada. Stimmt, ich hatte... Ich hatte ja kein Geld mehr. Nee, stimmt. Ich hatte keine, keine Punkte mehr hier. Ja, das hat mir alles letztes Mal... Alles verbraten. Jo. Mein schönes Geld, alles weg. Wollen, nehmen wir uns mal AK. AK. Nehmen wir... Das da. Und... Keine Ahnung, das da. Dann lieber das. Häuser, ich hab' ihn gehört. Wo ist der Wieser? Ich bin leider hinter dir explodiert gewesen. Ach so. Okay, dann ist er in Ordnung. Häuser. Weg. Nein. Aber er wischt, dass mich trotzdem... Ich hab' den ganzen Scheiß in den Augen. Ich bin grün. Ich bin grün. Dann nehmen wir halt doch eine Shotgun. So. Welche nehmen wir dann? Haben wir die? So. Shotgun. Geh weg. Wo bist du? Ich schwöre dich. Kann mich jetzt mal aufrüsten hier. Kann ich nicht arbeiten, Kollege. Oh ja, Gott. Dunk. Wollen wir mal hier auf das und das. Und ja. So. Wo ist er jetzt? Reise. Wir haben gesehen. Oh ja, Gott. Wie soll ich... Wie soll ich dich denn mit einer Shotgun treffen, wenn du so ein kleines Rotosino hast? Du, geh weg. Aber... Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Autsch. Okay. Nein. Das war's. Oh nein, ich hab ihn noch hier. Oh. Mit dem letzten Schuss. Oh, Albi, wo hängt's? Moment. Oh, erstmal wieder Leben. Dieser hat mich kurz vor dem Tod gebracht. Oh. Oh, das wird etwas ganz Besonderes. Oh, ich nimm hier. Machete. Jetzt. Wo bist du? Warte, halt ruhig ein bisschen. Ab in den Nahkampf mit uns. Ich töte dich. Kaputt. Kaputt. Okay, ich mach dich nicht kaputt. Seh ich schon. Geh weg. Okay. Ich bin kaputt. Äh, du hast mir nur 90 Leben abgezogen. Die Machete ist nicht wirklich stark. Wir müssen mal gucken. Ist das was stärkeres? Der macht nur 40. 75. Na, die ist zumindest ein bisschen besser. Jagst. Ja, super. Wir kommen doch nie wieder raus. Schuss. Ja, der letzte Schuss. Weißt du, was das Gute ist? War es nicht mehr viel. Ich hatte nur noch 18 Leben. Ich weiß, da reicht doch meine kleine Flinte. Ist der wirklich Zombies erschießen? Ja. Ist wirklich Zombies erschießen. Und, äh, Furfuchs. Grüß dich. So, dann, äh, wir sind ja jetzt alle drin. Können wir ja hier in die, in die Kampagne jetzt rein. Lamb-da-da. Yo. Lamb-da-da. Lamb-da-da. Lamb-da-da-da. Lamb-da-da-da. Ich glaube, fehlgeschlagen zweimal drinstehen. Weil wir zweimal verreckt sind. Das bleibt dann da drin? Ja. So. Aber müssen wir dann nicht, hä? Und dann können wir jetzt an der Kampagne einfach Barter machen? Versteht das jetzt nicht so ganz? Wir haben doch die Grabsruhe geschafft, letztes Mal. Ja. Durchlauf fortfahren. Durchlauf auswählen. Ja, dann da. Äh, Durchlauf erstellen. Durchlauf erstellen musst du. Ah. Ah. Jetzt. Jetzt verstehe ich. So. Akt 3. Dann. Startpunkt auswählen? Nein, nicht Startpunkt auswählen. Ich glaube, erstellen. Ah. Perfekt. Jetzt. 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 Jetzt wird doch ein Schuh draus. Jetzt wird doch ein Schuh draus. Aus der ganzen Sache. Oh, jetzt mal die Kamera noch ein bisschen schieben. Ja, das ist die Frage. Wann wohl die längste Lieferung kommt? Mhm. Brr, sorry. Die Musik und alles machen mir Gänsehaut. Ui. Ja, das wird aber nicht, das wird auch nicht besser. Ich bin wohl zu zart beseitet. Ja, das ist ja auch so ein, 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 ein Zombie-Shooter. Also es soll ja auch so ein... Ja gut, ich würde jetzt nicht sagen, dass es gruseln soll, aber es soll halt so ein bisschen Atmosphäre geben. So ein bisschen dieses apokalyptische Flair. Hm. Uh, das sind fünf, fünf Zwischenakte, äh, fünf Zwischendinge. Nein, ich will wieder Mama. Ich bin Mom. Jetzt wird abgerechnet. Und ich will das Benutzerdefinierter sein. So, Visa. Wen nimmst du? Nutzerdefinierter. Oh, du nimmst den Dock. Okay. Festlegen. Dann sind wir doch mal gespannt. Äh, Albi, du bist rausgeflogen. Das ist nicht. Nein. Bei mir? Bei mir nicht. Doch, Standfrager. Obens da, Albi hat das Spiel verlassen. Kurwa? Nicht immer dieses Wort. Entschuldigung. Entschuldigung. Noch keine zehn Minuten im Stream und du bist am Fluchen. Entschuldigung, nicht böse gemeint. So, ähm, vier Stück übrig. Wir wollen Nachfüllübungen. Wir wollen, äh, selbstsichere Killer. Äh, Team eine Mutation tötet. Verleiht sie bis zum Ende des Levels. Einfach ein Schaden. Äh, ne, wir nehmen die beste. Wir nehmen Heilung und wir nehmen... Äh, Kampfer interessiert mich nicht. Mehr Kupfer. Ähm, ne, wir nehmen das Kampfmesser noch. Bereit. Ah, wir standen hier in der Kirche. Ja, da sind wir ja auch zuletzt, haben wir ja auch zuletzt aufgehört. Ja. Wäre ja böse, wenn wir uns erst in die Kirche kämpfen und dann lassen wir uns, äh, hier ohne Sachen. Nee, aber hier gibt's gar nichts. Ich will doch aber was finden. Gibt's hier keine Waffen? Ich mach mal für die Atmosphäre Sorgen. Siehst du grad Klavier? Ja. Ich such mich hier, guck mich hier mal oben. Hier oben ist noch, äh, lustiger Kerl, mit dem ich auch nichts machen kann. Okay. Soll ich jetzt Orgel dazu spielen? Oh ja. Ah, da ist so. Ihr wollt seinen Freund Rogers sehen, oder? Rogers? Der Bastard hat einfach meinen Truck geklaut. Aber ich diskutiere nicht mit dem Lauf einer Waffe. Aber warum nicht? Das einzige, was er da oben braucht, ist ne Holzkiste. Das ist ein ziemlich langer Fußmarsch vom Herrenhaus. Das Finlay-Anwesen hinterm Park, richtig? Ja. Lieber er als ich. Ich hab ihm gesagt, dass er dort ganz allein ist. Ganz allein? Oh, da sind ja Waffen. Ich wollte nicht wieder zurück. Ich hab's Philips gesagt. Ich hab die vorher nicht gesehen. Das macht sie nur wilder, wie Kinder an der Keksdose. Da oben sind so viele von den Viechern, dass wir Feuerfallen im Wald platziert haben. Einmal haben sie uns erwischt. Das passiert mir nicht noch einmal. Oder will ich die M1A? Denkt euch gut ein. Die Erde ist wütend. Scharfschützengewehr. Ich mag halt Scharfschützengewehre. Was hast du dir genommen? Ich hab mir, ich überlege noch, ob ich mir die M4 nehme. Das ist für mich. Dann nehme ich die M4. Dann nehme ich das Scharf. Letzte Chance zum Waffe ist, war vom Anfang an vom selben Typ wie meine Hauptwaffe. Oh, hier. Ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Oh, Laser-Ziel, Laser-Ziel, wir sind ja schon mal gut. Laser-Ziel, oh, ich hab ja keine... Äh, eigentlich bräuchte ich ja noch eine Heilung, heute könnte ich mir eh nicht leisten. Dann nehmen wir das noch mit, so. Im Notfall hab ich noch Heilung. Alles gut. Äh, hallo? Riecht ihr wieder raus? Naja. Die sind schon los. Ihr seid schon wieder los. Ja, ja, ich komm. Ich bin da. Ich hätte gern wieder meine guten Waffen. Kriegen wir ja noch. Oh. Oh. Unfälle passieren. Unfälle passieren. Ja, das brauch ich. Ah! Was schreist du so? Äh, da kam ein Blau-Köpfiger. Haben wir jetzt eigentlich, äh, dein, dein Ding? Dein, ähm, NPC als, als Kollegen, oder? Nein. Nein. Wir haben einen Spiellock. Okay. Hier rechts halten. Mal kurz in das Gebäude hier rein. Ist da was drin? Nee. Hier ist nix drin. Schade. Hab gehofft, dass da was drin wär. Jetzt aber Geld. Geld ist schon mal gut. Geld ist gut. Weg. 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 Oh. Da ist noch mal. Wir müssen zusammenbleiben. Da, da, da. Ach, kommen wir nicht rein. Da ist irgendwer. Ah nein, da ist keiner. Da oben. Wieder raus. Komm nicht rüber. Nicht über den Stacheldraht. Warum nicht? Mag den Stacheldraht. Ich komme am besten beim nächsten Mal wieder dazu, wenn du wieder Monster Hunter spielst. Das ist wirklich kein Spiel für Mädels. Wünsche dir aber noch viel Spaß. Also Monster Hunter, zwar nicht in der kompletten Besatzung, aber wird es wohl wieder am Mittwoch geben. Aber vielleicht ist morgen was für dich. Morgen gibt es Click and Point. Also Rätseln. Ach du. Was hat der mir denn da gelassen? Oh, ein anderer Scharfschützengewehr. Ich mag Scharfschützengewehr auch. Wie geht's dir mit allem? Okay. Gibst du nie Ruhe? Hey, denk dran. Ich bin deine Ärztin und bring deine Hand. Aber, und das gilt für euch beide. Im Moment beschäftigt mich eher das, was mich gerade umbringen will. Nichts. Oh, da ist ein Vögel. Achtung. Hey, ich hab hier was für euch. Weg. Okay, das hat mich runtergeworfen. Hat aber auch keinen Schaden gemacht. Ja schon. Nee, doch nicht. Nee. Oh, das hat mir Schaden gemacht. Mein Aim ist gerade echt schlecht. Also funktioniert dein Aim-Bot nicht. Tut mir aber leid. Nee, überhaupt nicht. Das Schlimme ist, das Schlimme ist, ihr mit euren Maschinengewehren seid viel zu schnell für mich mit meinem. Ich hab nur ne, ich hab nur ne Pistole gerade. Ich hab nur ne Pistole werde. Aber viele Maschinen-Gervereこんな Sparbe bei mir auf. Oh. Hier ist Gewehr Munition. Das ist ein Shotgun. Wir müssen zusammenbleiben. Ja. Das ist bravig. Gewehr Munition? Ja, ist nix für mich. Nix für mich dabei, Leute. Du hast die Grundausbildung geschafft, oder Walker? Versuchst du etwa dich umzubringen? Hört dann von hinten. Oh! Achtung, Stalker! Das wird eng. Spielerarbeit. Komm alle hier durch die Tür. Ja, und jetzt auch noch Vögel erschreckt. Jetzt wird's richtig geil. Wird ja mal besser. Ich will nicht sagen, aber so hat der Kampf jetzt eben das angefangen. Ich werde nach! 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 Oh, was? Oh, was? Ich werde ungewöhnlich. Ich werde mich hier aufwecken. Können wir mal weiterlaufen, bitte? So. Und dann müssen wir hier bleiben. Wir müssen den Mähpasser starten. Ja, und was? Wie starten wir den? Warte mal. Wo seid ihr? Wie war denn nochmal mein Schlager mit V war das? Ja. Ich hatte den Mähdrescher. Warte mal, wie kann ich denn den starten? Irgendwas muss ich... Ich verstehe das nicht. Ja, benötigt Pickgun. Ja. Also das bedeutet, wir müssen erst eine Pickgun suchen. Fuck! Wer schießt mich an? Was hast du bitte auch vor mir zu suchen? Oh Herrgott. Also der Next-door-Typ ist schon weitergelaufen. Wir sollten die jetzt... Wir sollten da jetzt mal hinterher. Ja. Wir hatten da noch die Mitle. Wir sollten das nicht öffnen. Wir sind die Mitle. Ja. Wir müssen die Mitle. Nahtalung war's. Was der nicht möglich ist? Das ist mit durch die Mitle. Das ist eine Mitle. Wir müssen die advisory Lebensbrand. Wir sollten da noch auf, wenn wir sie nicht ver 경ки. ich gehe mal kurz da rein die kiste erste hilfe kiste jetzt der hilfe schrank die waren noch mal kleine schlimmeres will ich nicht eigentlich brauche ich das nicht eigentlich geht es mir ein bisschen freie heilung ist immer gut sagen einen kann ich mitnehmen der alb du nicht oder was ich habe mir schon einen ich empfange was auf dem öffnen das neue aus dem herrenhaus haut für euch der jayman raus ich sende für jeden der zu erzählen wo kamen diese dinge her ja das ist die große frage oder doch auch jemand mehr schottland das haus aus versehen ausgelöst wir sind gleich da dann rasten wir ein wenig wissen ist manchmal mehr wert als die waffe in der hand hier seid ihr schon unten schon ich komme auch moment hier ist nix da hinten ist was wir stehen das ist noch einer kriegen wir den hinten markmannschaft schützengewehr glaubt man auch sagen wir es noch besser ich mache meine pistole was hast du haustiere ich leider nicht die sind auch verschwunden wurden von den monstern wohl zuerst gefressen oh das sieht gut aus ne oh ne das wollte ich nicht halt ich bin mein scharfschützengewehr behalten mein scharfschützengewehr behalten oh herrgott oh sorry Oh, ich habe einen Hinten, ich habe jemanden. Oh, scheiße, da sind Graben. Und die Vögel sind ausgestreckt. Oh, ich hab das. Alter. Ah, der hat sich kurz bewegt, der sagt. Erreiche Schutzraum. Aber ich dachte, wir müssen den Ding starten. Das war wahrscheinlich nur so eine theoretische Mission. Was man hätte machen können. Ah, okay. Rado. Schön. Du denkst ja doch nicht alleine dran. Aber mich bitte nicht erschießen, auch wenn ich fertig von der Arbeit bin und wie ein Zombie aussehe. Nein. Paco, ich erschieße dich nicht. Und danke, Bisa. Ich weiß nicht wofür. Wegen dem Abo, wo du geschenkt hast. Ja, war Paco mit dabei. Ah. Ja, Lumi, getrunken habe ich. Wie gesagt, hier, Energy Drink. Ah. Dom, 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 dom. Das ist schon zu lange her. Ja, ihr müsst gestehen, ähm, ich hab jetzt gerade auch die richtig schöne Energie, Leute erschießen zu wollen. Also Zombies erschießen zu wollen. Weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht an Leuten, die sich einen Scheiß auf Copyrights geben und von einem Art nutzen und dann irgendeinen Scheiß draus machen.